Wir, das sind die Wasserfreunde Spandau 04, wir betreiben hier im Strandbad Plätzensee das Stand Up Paddling und heute haben wir unseren Berlin Sub Cup. Mit Gästen aus Bayern, Sachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und dann natürlich die Berliner Lokalmatadoren. Wir haben heute 40 Teilnehmer, das ist für ein regionales Race dieses Jahr der höchstwert. Da freuen wir uns auch super drüber. Wir haben echte Sportler aus diesem Bereich hier mit Renommee am Start, den Vize-Weltmeister im Ice Hub, Jonas Pauldracht, den haben wir vorhin im Herrenrennen gesehen. Hallo Sebastian! Achtung! Annen Sieg, oh! Wunderschönen! Wunderschönen! Wunderschönen Untertitelung des ZDF, 2020